Yes! So wichtig, Burschen! Das war so wichtig! Das braucht man! Aber bis zur Einwechslung von Manautowitsch, wie gibt's sowas, Herst? Wir spielen gegen Nordmazedonien! Das sind Blinde! Ich kenn keinen einzigen von denen! Wie passiert das? Wie gibt's das, dass ein 50-jähriges Nudelaug von Pantev uns ein Dürdel macht? Was ist mit dem Bachmann los? Ist der angesoffen? Was macht ihr in England? Wir schießen uns selber! Was macht die Abwehr? Die hauen sich selber rein! Und es war voll! Der Blade-Schiri-Experte hat gesagt, es war voll! Ich bin so froh, gegen diese Gesichter gewonnen zu haben! Wenn ich nur einmal die Wasserstoffblondine außen... Wenn der nur einmal was gesagt hätte, hätte ihm der Anatowitsch wahrscheinlich eh eine aufgelegt! Ja gut, der 2,50 Meter kann ja die Scheidschirksleibern für Flanken, aber der Buch hat eine Ballannahme wie ein Ikea-Kastl! Bei so einer Partie verliere ich 15 Kilo Angstschweiß! Es ist kein Wunder, dass ich 8 Krügerl trinken muss, bitte! Und tut's mir an, gefallen! Reißt euch gegen die Holländer zusammen, bitte!